So ist es richtig? Es fängt ja jetzt Herbst an, da wollte ich ein Herbstgedicht aufsagen. Dann Blätter von den Bäumen stürzen, die Tage täglich sich verkürzen. Nicht nur die Schönsten, auch die meisten der Vögel in das Ausfaden reißen. Wenn alle Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, von selber starben, dann glaubt mir, dann steht der Winter vor der Tür. Das Entstehen, ich habe die Tür verriegelt und fest zugeschlossen. Jetzt steht der Winter vor der Tür und friert.